Heute möchte ich mit dir eine Weisheit meiner Oma teilen, eine kleine Geschichte, die ich mit fünf Jahren circa erlebt habe. Damals war ich mit meinen Eltern in Tunesien und meinen Geschwistern und die Mutter meines Vaters hat oft Wasser geholt und da mussten wir einen Berg hochsteigen, das war so spannend für mich das alles. Sie hat dann immer so Kanister auf ihrem Kopf gehabt und ist dann mit zwei Händen, da hat sie sie noch zwei Eimer, den Berg hochgeklettert. Auf jeden Fall sind wir den Berg hochgeklettert, ich bin mitgeklettert und ganz oben gab es eine Wasserquelle mit sauberem Wasser, die existiert immer noch und meine Verwandten holen auch da immer noch Wasser, nur haben wir heute einen Weg, wo man ganz gemütlich hochlaufen kann mit Treppen. Und damals eigentlich total gefährlich, auf jeden Fall sind wir da hochgegangen und während wir hochgeklettert sind, die hat immer Ausschau gehalten, ob es irgendwo Schlangen gibt, damit sie die verjagen kann. Und ich war immer hinter ihr und habe mich sehr behütet und sehr sicher bei ihr gefühlt. Und dann fing sie an zu erzählen, sie meinte, Samad, wenn du mal älter bist und ich muss euch noch eine Sache dazu sagen, also meine Oma hatte einiges erlebt, ich finde es immer so spannend, ältere Menschen, was sie alles erlebt haben. Sie kommt ursprünglich aus Algerien und mein Vater ist auch da an der Grenze aufgewachsen, also zwischen Algerien und Tunesien. Und sie hatte damals einen Mann geheiratet, hat eine Tochter bekommen und Mann und Tochter sind gestorben, da war irgendeine Krankheit, sind beide gestorben. Und mein Opa damals, zufälligerweise, hatte er eine Frau geheiratet und einen Sohn bekommen. Frau und Sohn sind an der gleichen Krankheit gestorben wie ihr Mann und ihre Tochter. Und damals hatten sie die Menschen mitbekommen und meinten zu meiner Oma, hier, da gibt es einen Mann in der Nachbarschaft, der hat das gleiche Schicksal wie du, vielleicht könnt ihr ja heiraten und nochmal neu starten. Dann haben sie geheiratet und haben einen Vater bekommen. Also super spannend. Und auf jeden Fall sind wir dann da hochgelaufen und sie meinte zu mir, Samad, wenn du irgendwann mal groß bist und heiratest und du hast gerade Streit mit deinem Mann, wenn ihr streitet, überlege gut, warum du gerade streitest. Streitest du, weil du Recht behalten willst, dann hör auf zu streiten und beende den Streit. Als kleines Kind habe ich es gar nicht verstanden, was sie meinte und mir ist es jetzt vor kurzem eingefallen, wie weise das ist, dass wenn wir mit jemandem streiten, ich mich selber frage, warum streite ich überhaupt? Will ich jetzt nur Recht behalten? Das ist so viel Energieentzug, wenn ich versuche, mich Recht zu fertigen oder einfach nur Recht zu behalten. Warum nicht einfach den Streit beenden und dabei belassen? Was denkt ihr darüber? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Bis dann.